War das simple oder was? Ah, jo. Look, look. Ich sag mal so, an sich easy win. Wenn das nicht simple wäre. Alter, die umgarnen wir jetzt am Spot. So ist er, Leute. Gaune. Umgarnung wird gestartet. Sie werden nicht damit rechnen können, dass wir schon längst da sind. Wie war das Scum schon auf den Kopf geschissen? Irgendjesse geile Off-World. Ah, jo. Die von simple. Weißt du, der sucht uns. Wo sind die? Wo sind die? Boah. Alles klar, easy piece. Mal ne Runde gegen simple zocken. Warum auch nicht? Ich würd sagen, der simple ist eigentlich ziemlich peasy, easy, simple. Direkt auszahlt. Ich hätte natürlich auch Angst, wenn ich simple wäre. Aber gut, ich mein, solche zwei no hands wie wir, die macht easy kaputt. Ich seh niemanden auf long. No fucking body. Öh. Ist er runter? Einer ist, glaub ich, auch noch unten. Ich guck ganz kurz Richtung door. Ich seh nichts. Ich lauf jetzt hin und her und schau immer wieder door. Alter. Simpel zerstört bei Berlin. Nennst mich einfach Sperling. Jetzt hat er Angst. Nein, jetzt hat er Angst, der Kerle. Okay, groß. Okay, groß. Aber egal, große Krabbe, öh. Ob die A-8-Mole auf der B kommen können oder auf der Long? Das wurde zu viel verlangt. Öh. Kommt der runter? Putz, alter. Was willst du von mir, hä? Simpel. Ich kann auch noch Futter, mein Freund. Gisela, mach das. Ah. Simpel. Waa. Ich glaub, der ist eine MP, warte. Achso, der Cash. Achso, willst du die MP? Ja, ich hoffe. Nee, nee. Ich hol' die Futter. Könnte long werden. Ich hör' hier ultra die Stepperinos. Ajo. Die gehen schon durch. Wuh. Ich sag' mir so simpel, wenn ich ehrlich bin. Öh. Berlin, geh selber treibstabber. Ja, merkst du was? Waa. Kannst du nicht machen? Sarah, du machst die doch jetzt komplett kaputt, die Delight. Was geht mit dir ab? Öh. Oh, oh, oh. Beide runter mit Hass. Noin, dann weg. Putz, alter. Was ist los? Na? Alter, 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 Alter. Scheiß, Elektroschocker war zu weit weg. Ah. Ach, ja, ging simpel, oder? Das wär' schon schön, wenn's ein bisschen schwieriger wär. Ach. Nooice. Kommt der runter? Äh, jetzt, runtergejumpt jetzt. Äh, scheiße. Eine Runde, ein bisschen, ich sag mal so, gut Wetter gemacht, ja, kann man mal machen. Ich kann's ja verstehen, dass die High-Skill-Spieler auch ab und an mal hier gerne auf dem Low-Elo-Bereich spielen, aber gegen uns? No fucking chance. Putz, Monsieur. Ah. Ja, gut. Ja, also zum Frühstück, sonntags. Ich glaub, der grad mal was gännisst du, was gännisst, aber fändes, was man da macht. Du, leckere impf hier. Ein Endchen. Da hat sich selbst geflasht, ne? Und hat die Hände oben gehabt und hat mich trotzdem gekillt. Ist der deppert der Kerl? Äh, äh, äh. Smokehack. Alter, jetzt hab ich ja beorgengestört. Boah, Schuße geschossen. Boah. Da musst du die Regeln. Letzte Runde. Oh, scheiße, man, der hat einen Hit. HFHP, beide auf long. Boah. Ich bin hochgeschleudert worden. So, jetzt machen wir sie komplett kaputt. Wupp. Ist er zufällig down? Ah, jo. Simpel. Letzte Runde, komm, lass durchjumpen. Ich molle den. Ich molle den bei der Treppe. Ist molle. Kannst easy auf den Plant gehen. Alles klar. Ich molle jetzt mal direkt dahin, wo er war, da links. Und gehe dann trotzdem den Drop runter und aber halt nach rechts, nachdem ich geflasht habe. Ja, genau. Alles klar, der ist in mein Feuer reingelaufen, der Dödel. Ich bin bei City. Ich bin long, ich warte hier kurz. City, oh Gott, er hockt hinter der Tür. Ah. Uah. Eigentlich merke ich noch keinen Widerstand der Feinde. Nehme ich gerade mal da. Ich kann die McTender. Ja, wo die Mag. Die Mag ist, nehme ich mal. Gönne ich mir. Die Zeugschosse. Haha, die Zeugschosse, die ist warm. Er kommt hoch. Alter, ist er noch gestört oder was? Ist der eigentlich komplett untenrum down oder wie? Also einer ist fall dropped, der andere auf long. Einer long. 36 minus. Hallo. So, Pumbi, wo bist du? Pumbi? Oh, der ist doch nicht in Kitchen drin. Äh, in Chicken. Ah. Was ist die Schritz mit dem? Das Simple, der mein Daher gerade. Äh, der ist Kloss. No, ich steh. Ich steh. Ich steh. Ich steh. Ich steh. Oh sie. Sorry Simple, aber das ging in die Hose. So, wo sind eure Ranks, der Gauner? Ah jo. ARD Text im Auftrag von Funk